Ok. Ey Jo, Freunde, ich hör. Wir sind grad in den Lost Play. Wir werden uns halt besser unter der Lupe nehmen. Dass hier abgeht. Leute, film doch. Nee. Bro, nochmal. Okay, komm, zieh auf mich, zieh auf mich. Nee, ich glaub, der hat den Anfang gefilmt. Wir haben einfach weiter und dann gucken wir. Ok, Leute. Krab aufguckst du das mit da rein? Ja. Ja. So, Leute, wir gucken jetzt jetzt mal ganz die Chili-Fuppschen. Wir spielen mit ein paar Tonnen oder so, oder? Ich weiß. Ich hasse das Fleisch, Alter. Ich weich nämlich nie. Ja, das ist so kalt, Leute. Ich fahre, meine Hände fehlen fast ab. Geht's hier. Wir gehen ganz schnell rein. So. Ey. Ob wir da hinten sieht überhaupt was? Ja, auch nicht. Ja, Leute. Da hinten ist halt so... Da hinten ist halt so noch... So ein extra... War mal einer. Ja, du musst auch hinziehen, ne? Da war mal einer. Und... Ich hab' mit mir nicht mehr. Ja. Ich hab' mit mir nicht mehr. Scheiße. Ich hab' mit mir Schiss. Oh, okay. Das ist halt echt auch. Da ist richtig, Alter. So, jetzt, jetzt. Aussterben ist in der zweite Etante. Den ersten mal nicht. Und... Ich hab' mit mir nicht mehr. ...und... 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 Alter. Das geht noch höher. Das geht für ein Dach. Boah, ist ja noch. Hier tropft es. Sanna, Sanna blindet mich. Entschuldigt, ihr könnt euch natürlich auch mein Lost Place Video angucken. Wie ich hier schon war. Halbe ohne ihn. Leider. Okay, hier sind die ganzen Maschinen, wo sie früher irgendwas hergestellt haben. Was genau weiß ich jetzt nicht. Und... Oh Gott, Leute. Das ist mein Huss hier übrigens. Passt auf nicht, dass du auf Wasser... Also... Scheiße. Also... Aussicht. Wie mein ich rauf gehen. Wie mein ich rauf gehen. Auf der Decke. Später auch, oh Gott. Ich hoffe, ihr seht auch alles. Ja, ich hoffe auch. Denn jetzt kommt ja... Bruder, ich will... Wie umsonst. Naja, wenn man nichts sieht, das ist scheiße. Ja. Ich will jetzt mal was wieder angucken oder so. Ja. Aber jetzt... Ich darf schon mal zu mir nach Hause gehen, um es abzugucken. Oder so... ... Aber die sind noch alles halbwegs. So, da ist das immer noch alles. Ey, das... Das geht ja gar nicht hier. Da geht... 1-8-7. Hier. BK. Hier steht ein BDM. BK. Ich geh jetzt hier rein, Alter. Ich hab übrigens Schiss. Hier ist der andere Raum wieder. Ich liebe dich und Jenny. Für immer. Nein, ich liebe dich nicht, Jenny. Heute Poole, die ist das von Anika. Ja, das ist gut. Hier in dem Video haben wir dann übrigens... ...die ganzen Fenster zerdeppert. Halt hier. Meine Nase läuft, Alter. Ja, meine auch, Alter. Oh, meine Hase. Oh, ich muss meine Bandana wieder richtig festziehen. Auf kurz Pause. Ich glaube, wir müssen uns die Aussicht zeigen hier. Na, look at this, duuude. Das ist... Natürlich, Alter. Ich lasse den Platz. Ab, Digga. Da fängt man jetzt auf. Als Hochlandseite muss ich mich gerade überlegen, weil mich ja auch Sima abonniert hat. Wer sieht das denn? Ja, warum ist er auch nicht die Sima, oder? Na, egal. Ich sit doch nur danach durch Scheiße. Ich geh ja nicht weiter. Ich geh ja nicht weiter. Ich geh ja nicht weiter. Na, besser, wir gehen nicht mehr. Bisschen weiter. Ich geh ja nicht weiter. Na, besser, wir gehen nicht mehr. Bisschen weiter. So, also, wir gehen weiter. Schon hier sind einmal rumgelaufen. Und Freunde. Lasst den Leiter finden, wenn ihr noch mehr von sowas sehen wollt. Da liegt erstmal so ein Beute. Ich war letztes Mal offen. Oh. Das sind hier so Kassenabstimmungen und so. Die Einnahmen und so. Oh, Alter. Ich höre, ne? Ich glaube nicht, Alter. Meine Hände sind an Öl eingefroren. Alter, das ist alles so richtig, ne? Ich habe auch unbeschiss, als jetzt einer kommen würde, Alter. Das ist ein Kopfhörer, Alter. Hä? Das ist ein Kopfhörer. Scheiße. Nein. Ich niese, ich niese, das ist halt zu laut. Was ist das denn eigentlich? Was ist das denn eigentlich? Was ist denn das? Einte. Ich fand das hier eigentlich. Verpasst du. Also er sollte wirklich mal nicht rein gehen. Und mit dem fahren wollen. Steht noch. Was sonst habe ich noch? 10 prozent geil ich tue mit 10 prozent aufnehmen aber ich will raus hier raus gehen raus gehen dann gehen und dann sage ich raus weil ich würde ich habe jetzt ein paar neue alter und dann und 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 leute ich weiß ich tue ein handy im aufnahmen und in die und unter besser auslösen kann man so mit ich habe ich würde mal sagen wir gehen runter alter denn ich habe übel zwar jetzt übel zwar ich angst habe mit jetzt einfach zum monster kommt alter irgendwie aber nicht den punkt da mit ihnen genau und abonniert mich kann los dann haut rein